Weil das Testen in der J-Shell mit reinen Assert-Anweisungen ein klein wenig anstrengend ist und nicht immer so ganz praktikabel, wie ich mir das wünschen würde, habe ich mir selber ein Test-Framework geschrieben. Das heißt ein kleines Miniprogramm, was mir das Testen ein wenig vereinfacht und erleichtert. Das habe ich unter anderem bei einem der vorhergehenden Videos sehr extensiv genutzt. Es ist auch im Rahmen dieses Modellierungen eines Toilettenpapierspenders überhaupt erst entstanden, weil es mir dadurch wichtig war, den Code ausreichend auch zu testen und das auf eine komfortable und auch aussagestarke Art und Weise zu tun. Dieses Framework, das verlinke ich Ihnen wieder in der Beschreibung zu diesem Video, das können Sie frei verwenden und benutzen. Ich zeige Ihnen mal hier unten, das sind also zwei Dateien, das eine ist das Framework selber, das andere ist ein Beispiel, um zu erklären, was der Unterschied zwischen, wie Sie normalerweise in der J-Shell testen und was Sie mit diesem Framework machen können, wie Ihnen das die Arbeit ein wenig vereinfacht. Dieses Beispiel ist die Klasse Countdown, also ein Herunterzähler. Der besteht ganz simpel aus zwei Integern, einem Counter, der den aktuellen Stand festhält und der Initialisierungswert. Also Sie können hier einen Counter zum Beispiel auf fünf Sekunden festlegen. Das geht mit dem Konstruktor, indem Sie sagen, das ist der Initialwert. Da müssen wir nur schauen, der darf nicht null sein, sonst macht das gar keinen Sinn. Wir resetten den Counter auf diesen Werts. Das soll ich mal eben kurz räuspern. Wir resetten das Ganze. Und hier modellieren wir die Zeit dadurch, dass wir einen Tick aufrufen. Ein Tick ist, als ob diese Mechanik selbst nicht von dem Countdown zur Verfügung gestellt wird, sondern als ob von außen eine Uhr regelmäßig sagt Tick, Tick, Tick und mit jedem Tick wird der Counter um eins reduziert. Es ist sogar noch etwas anders. Sie sehen, wenn der Counter nicht null ist, dann wird er entweder um eins reduziert, wenn der Counter größer null ist, oder er wird um eins erhöht, wenn der Counter kleiner null ist. Das heißt, wir zählen also runter zum Beispiel 5, 4, 3, 2, 1 bis zur Null oder von der Minus 5, Minus 4, Minus 3, Minus 2, Minus 1 auf Null. Das sind die beiden Möglichkeiten. GetCount ist der aktuelle Zählstand des Counters. Is Zero ist die Frage, ob der Counter null ist. Reset ruft einfach die Reset mit einem bestimmten Initialwert auf, ansonsten mit dem, den man ursprünglich übergeben hat. Sie sehen hier, wie ich den Counter dann auf den Initialwert setze. Und hier ist noch eine To-String-Methode, die eine Darstellung hat des Counters, des Countdowns. Wenn wir testen, dann machen wir das normalerweise so. Wir setzen eine Instanz an, hier absichtlich, um es einfach zu halten, mit dem Startwert 1. Und jetzt kommen wir zu, wenn man so möchte, einem zustandsgetriebenen Testen, was nur mit Anweisungen funktioniert. Also wir müssen ein Assert hier zum Beispiel machen. Jetzt wird das Assert, also zu Testzwecken benutzt. Wir wollen jetzt fragen, ist der Counter wirklich gleich 1? Dann können wir auch fragen, ob der Counter Zero ist, also nicht Zero ist. Dann kommt ein Tick. Also die hätten wir auch noch, diese zwei oberen Sachen zusammenfassen können, durch ein Und. Und dann kommt ein Tick. Dann fragen wir wieder, bist du Zero? Dann sollte es nämlich so sein. Dann machen wir wieder einen Tick und fragen, bist du immer noch Zero? Also, unser Zähler, wenn er einen Tick kriegt und bei Null ist, dann zählt er nicht mehr weiter runter, damit wir nicht in den negativen Bereich reinkommen. Wir haben also einen Counter aufgesetzt, logische Bedingungen überprüft. Und jetzt haben wir eine Anweisung gehabt. Und diese Anweisung können wir nicht in den Assert reinpacken, weil ein Assert immer einen Ausdruck erwartet und keine Anweisung enthalten kann. So ist eben die Assert-Anweisung aufgebaut. Hier geht es weiter. Also, wenn wir einen Countdown von Minus zwei machen, schauen wir mal wieder, stimmt das so. Dann müssen wir zwei Ticks machen, bis es Null ist. Und dann checken wir auch hier nochmal, dass der Zähler nicht in den positiven Bereich hineinläuft. Hier sehen Sie wieder, die Anweisungen teilen mir notwendigerweise, müsste ich hier mindestens drei Assert-Anweisungen haben. Wenn ich das hier bursch verknüpfen würde mit einem Und, dann hätte ich hier ein Assert, dann die zwei Ticks, da eins, wieder einen Tick und da eins. Und das vereinfache ich mir dadurch, dass ich mir eine Methode gebaut habe, be true, die eine Anweisung entgegennehmen kann und immer true ergibt. Sie kann eine Anweisung entgegennehmen oder, das ist auch eine andere Alternative, sie kann auch irgendeinen Wert, ein Objekt entgegennehmen und sagt immer true. Also wenn ich be true zum Beispiel sieben übergebe, sagt be true ist true. Wenn ich be true bitte, mach einen Tick, dann macht es einen Tick. Und obwohl ein Tick immer ein Void ergibt, gucken Sie hier oben nach, ein Tick ergibt ein Void, kann ich trotzdem eine Rückgabe machen true. Also be true heißt einfach, egal was du mir gibst, ich gebe immer ein true zurück. Und das erlaubt es mir, wenn Sie so wollen, zustandsorientierte Sachen hier einzuführen. Ich habe ein Countdown-Variable angelegt, dann noch ein String Intent. Und Sie wissen schon, dass man eine Assert-Anweisung angeben kann, erst mal mit einem Ausdruck. Und dann kann ein Doppelpunkt und eine Zeichenkette kommen mit einer Nachricht. Das heißt, eigentlich ist das die Error Message des Asserts, der Asserts-Ausnahme. Den kann ich jetzt hier hinten dranhängen. Das macht es nur irgendwie ein bisschen lesbarer. Wenn man hier sagt, das ist die Absicht, meine Testabsicht. Und wenn der Test fehlschlägt, dann sage ich hier einfach, dann setze ich hier einfach bitte den String dahin an diese Stelle. Das heißt, fehlschlägt. Ich baue die Anweisung so auf, dass ich den Intent, den ich vorher als Variable hatte, hier hinten auftauchen kann und somit von dem Assert verwendet wird. Damit ist das eigentlich ein bisschen lesbarer. Dann weiß ich vorher, was ist die Absicht, der Zweck dieses Tests. Und dann kommt der Test und er nimmt einfach die Variable auf. Das ist was ganz Einfaches. Aber das macht Tests auch schon lesbarer, als wenn immer hier erst am Schluss die Meldung kommt, warum, weshalb, wieso. So kann ich das schon vorher lesen. Aber das Besondere ist hier das BeTrue. Ich kann hier eine Variable zuweisen. Und dann kriege ich ja, wie Sie wissen, den Zuweisungswert zurück, weil das ein Anweisungsausdruck oder ein Anweisungsausdruck ist. Und da kommt also True zurück. Dann kann ich einfach diesen GetCounter gleich eins testen. Das, was wir ja sowieso machen, diese Bedingungen. Und dann kann ich gucken, ist sie nicht Zero, ist der Counter nicht Zero. Und dann, sehen Sie, jetzt mache ich einen Tick hier. Eine Methode, die keine Argumente erwartet, kann ich hier mit der sogenannten Methodenreferenz aufrufen. Das ist etwas, was fortgeschritten ist, was die meisten von Ihnen bislang nicht gelernt haben. Das hat was mit Lambda-Ausdrücken zu tun und Methodenreferenzen. Erstmal Spamm drüber, Sie können sich das so abgucken. Eine Methode, die keine Parameter hat und damit argumentlos aufgerufen wird, die kann Sie so ausführen lassen. Und Sie sehen, mit diesem kleinen Trick ist es möglich, eine einzige Assert-Anweisung zu nehmen und hier eine kleine Geschichte ablaufen zu lassen und dann noch am Schluss den Intent dazu. So sind die Testfälle wesentlich angenehmer zu formulieren und der gesamte Kontext ist in dem Assert mit drin. Also wie setze ich hier den Countdown auf? Wir lassen ablaufen und an den entscheidenden Stellen, wo es mir drauf ankommt, ein True oder False zu haben, hier bei solchen Methoden ist Zero. Dann nutze ich das natürlich. Alle anderen kann ich mit diesem netten Trick immer True sein lassen, was auch immer da passiert. Und das habe ich hier an verschiedenen Stellen einfach so durchlaufen lassen. Was Sie auch noch sehen, dass ich gucken kann, wird hier ein Vertrag verletzt und dann kann ich auch Asserts auffangen. Das ist nämlich auch das, sorry, dass ich dann Ausnahmen auffangen kann. Das ist ja auch nicht so einfach sonst mit der normalen Assert-Anweisung. Also hier habe ich mir eine Methode gebaut, die einfach erwartet, dass hier etwas schief geht und dann noch eine Liste von Assert-Klassen bekommt, nach denen gesucht werden wollen, ob die aufgetreten sind, ja oder nein. Ich habe dieses Framework noch ein bisschen erweitert, dass ich nicht mit Assert-Anweisungen arbeiten muss, weil da wissen Sie, da muss ich immer dran denken, dass ich die mit der J-Shell auch schön einschalte. Auf die Art und Weise mit Assert-True gearbeitet, wird dieses Assert immer ausgeführt. Egal, ob Sie das mit der J-Shell eingestellt haben oder nicht. Hier sehen Sie mit Assert-True eine Methode, die kriegt jetzt den Intent als Zeichenkette vorab geliefert. Und dann haben wir ganz normal, wie wir das oben schon gesehen haben, unsere Zuweisung hier einer Variable, dann die weitere Zuweisung, dann diese Abfrage, dann das Ticken, da müssen wir das B-True für verwenden. Und was Sie sehen in dieser Schreibweise, was fehlt und durch die Kommata jetzt gegeben ist, das Komma können Sie jetzt wie ein Und-Und lesen. Also so, als ob hier hintereinander Anweisungen folgen würden. Das sehen Sie auch hier an dem Beispiel noch ein paar Mal exerziert. Was ich noch dazu gemacht habe, sind auch so Sachen, dass ich mit regulären Ausdrücken irgendwas überprüfen kann. Also das Framework ist relativ gut alltagstauglich, damit man viele Sachen machen kann, die man sonst immer händisch noch oben drauf tun muss und dann nicht so ganz durchsichtig sind, was man da tut. Hier sehen Sie die Implementierung davon. Die ist nicht besonders kompliziert. Sie erwartet nur ein paar fortgeschrittene Konzepte. Sie sehen an dieser Stelle die Methode Boolean-Be-True mit Ihrem Argument. Das dürfen mehr, das ist ein VARC hier. Runnable. Runnable ist ein Interface. Und jetzt fehlt Ihnen natürlich ein bisschen das Hintergrundwissen dazu, was das überhaupt ist. Ein Runnable. Das ist nämlich so ein funktionales Interface. Das ist fortgeschrittenes Zeug. Das brauchen Sie jetzt nicht alles zu verstehen, was Sie hier nur sehen. Wir laufen hier mit einer Vorschleife durch alle Runnables durch, führen die auch aus. Und am Schluss geben wir immer ein True zurück. Wenn wir kein Runnable, sondern irgendein anderes Objekt übergeben, also eine Folge von Objekten, die keine Runnables sind, dann geben wir einfach True zurück. Hier ist die Methode, um mit Exceptions zu überprüfen, ob die geworfen werden, ja oder nein. Dann übergeben wir wieder Runnables und eine Menge von Ausnahmeklassen, gegen die wir prüfen, ob die aufgetreten sind. Das machen wir dann mit einem Instance-Test, die Methode. Die ist auch schon hier mit einer Exception-Class einfach so mitgeliefert. Was man auch noch machen kann, man kann das Ganze nutzen, um Repräsentation zu überprüfen. Also ist diese Zeichenkette, taucht die wirklich bei diesem Objekt auf? Man kann auch matchen auf sogenannte reguläre Ausdrücke. Das braucht man manchmal auch mit der J-Shell. Wenn man zum Beispiel Variablen hat und die bekommen dann von der J-Shell eigene Namen zugewiesen, dann kann man das hier ein bisschen besser mit abfangen. Oder nehmen Sie, wenn Sie eine Instanz von irgendetwas haben und Sie haben die Default-Methode, bekommen Sie immer den Klassnamen und dann add den Hashcode so dazu. Und der kann sich ja jedes Mal ändern. Den können Sie jetzt damit rausfiltern mit so einem regulären Ausdruck. Hier ist dann das Assert-Bool, was Sie eben gesehen haben, was jetzt ohne die Assert-Anweisung auskommt, was eben auch nochmal das Testen vereinfacht und vor allen Dingen mit Sicherheit die Testfälle durchlaufen lässt. Hier sehen Sie noch, dass ich selbst mein eigenes Framework, wenn Sie so wollen, mit sich selber teste. Und die Testfälle laufen alle erfolgreich durch. Also insofern, Sie können gerne damit arbeiten, wenn Sie mögen. Einen kleinen Hack, den habe ich Ihnen noch gezeigt. In dem Code, also ich habe nicht drüber gesprochen, aber er zeigt sich hier in diesem Code zum Toilettenpapierspender. Da habe ich zum Beispiel eine Methode aufgeführt, die keine Parameter hat und Void zurückgibt. Und die ist nichts anderes als ein Sammelbehälter für all diese Tests da drin. Die werden dann auch gar nicht ausgeführt, sondern erst, wenn ich die Methode dann aufrufe, also Test-Roll, dann wird der Inhalt hier abgearbeitet. Damit kann man, wenn man möchte, auch nochmal Tests einen Namen geben, sie also zusammenfassen, gruppieren. Das ist nur so ein kleiner Trick, der eigentlich mit dem Framework nichts zu tun hat, aber den man nutzen kann. Und damit hat man hier auch einen Namensraum, den man sich in Anführungszeichen nicht versaut mit anderen Sachen. Also für alle, die, und ich hoffe, Sie haben das auch immer im Blick, Testen ist ein absolutes Muss in der Informatik. Nämlich, da ist es noch schlimmer als in unserer realen Welt, wo wir Sachen, die wir bauen, die nicht funktionieren, die werden zusammenbrechen oder Belastung nicht standhalten oder was auch immer, unbrauchbar sein. In Code können wir ganz viel coden, was erstmal brauchbar aussieht oder vielleicht auch in manchen Fällen gut funktioniert. Aber das muss es mehr tun. Hier müssen wir also das, was sonst im Alltagsleben uns Physik und andere biochemische Zusammenhänge liefern, an Rückkopplung, ob etwas geht oder nicht, das müssen wir uns durch Tests hart erarbeiten. Wir sind also in der Pflicht als Informatikerin zu belegen, dass unser Code auch das tut, was wir behaupten, dass er tut und dass wir ihm unterstellen, dass er das auch tun würde. Also darum gehört Testen immer dazu. Darum sehen Sie viel in meinem Code. Immer auch Tests, weil ich eigentlich auch Sie als Studierende nichts was rausgeben möchte, wo ich dann auch noch feststelle, ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Wochen später, das tut es ja gar nicht so, wie ich es gedacht habe. Das ist auch der Grund, warum ich massiv meinen eigenen Code immer selber teste. Hat aber auch den pragmatischen Grund, wenn Sie Code erstellen, daran arbeiten und dann wieder Verbesserungen machen, Umbauten machen, andere Designentscheidungen treffen und Sie haben einen Satz von Testfällen, dann wissen Sie, das Ganze funktioniert, was ich da so vorhabe. Oder ich muss im Zweifel auch meine Testfälle umschreiben, wenn ich zu viele Änderungen mache. Aber ich habe immer die Gewährleistung, was auch immer ich hier geändert habe. Ich sehe sofort, ob meine Testfälle durchlaufen oder nicht. Und wenn ich gut teste mit einer smarten Entscheidung, kann ich jedenfalls ein hohes Vertrauen, eine Konfidenzzusicherung haben für mich selber, dass der Code vermutlich seine Funktion so erfüllt. Aber wir müssen versuchen, dieses, ich vermute, dass er es tut, möglichst hoch zu schrauben. Das ist nochmal ein anderes Thema der theoretischen Informatik, ob das grundsätzlich geht oder nicht. Nein, das ist nicht so. In vielen Fällen können Sie das gar nicht endgültig alles durchtesten. Das kann man auch theoretisch belegen. Aber das befreit Sie nicht von der Pflicht, Ihren Job zu machen und gut zu testen. Machen Sie es gut und happy testing!